Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge des Dimmi's Toolbox-Podcasts, eurem zweiwöchentlichen Update zu Microsoft 365 und der Welt des digitalen Arbeitens. Mein Name ist Bastian Brunotte und zusammen mit unserem Experten Benjamin Tasche präsentiere ich euch die spannendsten Neuigkeiten, Tipps, Tricks, alles rund um M365. Viele von euch lesen bereits regelmäßig unsere Newsletter und holen sich da so ihre regelmäßige Dosis News aus diesem Kosmos. Der Podcast liefert euch all diese Informationen jetzt endlich auch für unterwegs, im Auto oder beim Sport. Wir picken die relevantesten Themen heraus und bereiten sie in kompakter Form auf, damit eben auch ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Freut euch auf Hintergrundinfos, gute Beispiele und natürlich auch auf unsere persönlichen Einschätzungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Benjamin, hallo. Hi. Benjamin, wir haben ganz fantastisches Feedback von einer unserer ersten Hörerinnen bekommen. Sie hat durch unseren Podcast das erste Mal erfahren, dass Clipchamp in ihrer M365 Lizenz ist und damit schneidet sie jetzt ihre Videos. Wir sind hier also nicht nur informierend zu den Updates unterwegs, sondern legen hier auch wirklich, ja, quasi gute Ideen in die Köpfe unserer Hörerinnen und Hörer. Ist doch was, oder? Genau das wollten wir. Genau das war die Idee. Aber dann lass uns gar nicht viel über die Vergangenheit sprechen. Vielleicht haben wir noch ein paar neue gute Ideen zu verteilen. Was sind die Updates? Was ist passiert in den letzten zwei Wochen? Es ist ja gar nicht so, was ist in den letzten zwei Wochen passiert, sondern was passiert demnächst? Stimmt. Ich glaube, eins, wo extrem viele Nutzer darauf warten, ist Microsoft Teams. Wir werden jetzt demnächst die Möglichkeit haben, den allgemeinen Kanal umzubenennen. Juhu. Okay. Also ein Team ist ja eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengefunden hat, um irgendwas miteinander zu machen. Und darunter gibt es Kanäle, in denen die Arbeit stattfindet. Genau. Der allgemeine Kanal ist immer da, kann ich nicht löschen, konnte ich bisher nicht umbenennen. Jetzt schon. Genau, die Fähigkeit wird jetzt demnächst kommen. Und so aus den Workshops, die wir bisher gemacht haben, ist es ja auch immer ein Feature gewesen, was sich gewünscht worden ist. Können wir die noch umbenennen? Genau das kommt jetzt. Genau das geht jetzt. Großartig. Ich bin ja ehrlicherweise ein Fan des allgemeinen Kanals. Ja, weil es gibt immer irgendwie allgemeines Gelaber zu besprechen, was sonst nirgendwo hinpasst. Das könnte der Ort sein. Aber wenn ihr das gerne umbenennen wollt, dann kann euch auch Microsoft da jetzt nicht mehr dran hindern. Wenn irgendwas haben wir noch, lass uns mal ein bisschen tiefer in die Toolbox abtauchen. Teams ist ja ein alter Hut. Richtig. Aber wir haben ja auch Power Automate zum Beispiel dabei. Und für viele, die es nicht wussten, Power Automate ist auch in der Lage, Dinge auf eurem Bildschirm durchzuführen, ohne dass ihr jetzt irgendwie eine Web-Anwendung damit fernsteuern müsst. Und das war vorher immer so, dass wir dem Power Automate System gesagt haben, hier musst du hinklicken, hier fügst du diese Dateien an, dann klickst du hier auf weiter und so weiter und so fort. Das hat ja aber immer dazu geführt, dass man den Rechner, an dem man selber sitzt, nicht mehr benutzen kann, weil der Bot sich da gerade durchklickt. Power Automate bekommt demnächst die Funktion, dass das Ganze auch in einem Bild in Bild direkt neben der Arbeit passieren kann. Das heißt, ich kann dem Bot dabei zugucken, wie er im Hintergrund bei mir Dinge tut, ohne dass meine Arbeit davon beeinflusst wird. Das heißt, ich kann meinen Computer weiter nutzen, während Power Automate Dinge auf meinem Rechner durchführt. Das klingt wie ein richtiges Profi-Feature schon fast, vielleicht für alle, die wir jetzt direkt mal verloren haben. Power Automate, was macht das? Also, let me take an educated guess, vermutlich wird es irgendwas automatisieren. Aber vielleicht nochmal zusammengefasst, wie hilft uns das? Power Automate ist ein Werkzeug in Microsoft 365, was wir dafür nutzen, wenn wir bestimmte Dinge haben in unserem Arbeitsalltag, die wir immer wieder machen, wie Daten von links nach rechts kopieren oder hier Dinge in Excel eintragen, die man irgendwo in einem anderen System gefunden hat. Das können wir Power Automate geben, damit es diese Aktion durchführen kann. Entweder bei Bedarf, das heißt, wir drücken einen bestimmten Auslöser oder wir lösen diese Aktion aus. Oder aber automatisch, wenn irgendwo etwas passiert, dann mache diese Aktion. Ein Beispiel aus unserer Kundenwelt. Ein Kunde bekommt jeden Tag vom Lieferanten eine CSV-Datei. Da stehen ganz viele Daten drin und ein Nutzer musste sich immer hinsetzen, diese auslesen, die Daten woanders hin kopieren und einen Bericht darüber erstellen, was alles da drin gestanden hat. Das kann Power Automate. Sobald eine neue Datei in diesem Verzeichnis ist, lese sie durch, extrahier die Dateien, schreibe hier einen Teams-Beitrag, schreibe hier den Bericht, kopiere diese Daten in Excel, fertig. Gute vier Stunden im Monat weg automatisiert. Muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken darüber machen, aber wenn es dann läuft, eine echte Hilfe. Ein Tool, was ein bisschen leichter zu bedienen ist, ja, ich sage eigentlich, wenn wir Trainings dazu machen, immer so, das ist was, das kannst du eigentlich auf einer Zugfahrt dir mal eben irgendwie vielleicht beibringen, das ist Microsoft Forms. Umfragen machen, Quizzes machen, einfach mal schnell ein Stimmungsbild einholen von, weiß ich nicht, KollegInnen, KundInnen, was auch immer ihr gerade braucht. Und einige haben das vielleicht schon gesehen, da stand so, jetzt neu mit Excel neuerdings bei Forms. Das ist eigentlich Quatsch, dachte ich, weil mit Excel geht ja schon länger. Aber das neue Feature hat eine ganz andere Bewandtnis, ne, Benni? Ich habe wieder nicht zu Ende gewesen. Genau, wir konnten vorher schon unsere Ergebnisse aus Forms in ein Excel-Dokument exportieren. Das war bisher aber immer nach Bedarf. Das heißt, wenn ich ein aktualisiertes Excel-Dokument brauchte, bin ich ins Forms gegangen, bin in die Ergebnisse gegangen, habe Export to Excel gedrückt und hatte dann ein Excel-Dokument. In dem nächsten Update wird es möglich sein, diesen Button einmal zu drücken und danach zu sagen, hey, halte mir dieses Excel-Dokument aktuell. Und was halt im Hintergrund passiert, Rückschluss zu dem vorherigen Patch, den wir genannt haben, Es ist eigentlich Power Automate, was im Hintergrund dann, wenn ein neues Formular abgeschickt worden ist, nimm das Ergebnis und füge es der Excel hinzu. So kann man auch Power Automate direkt nochmal miterklären mit einem guten Beispiel. Das macht Microsoft Forms dann jetzt demnächst automatisch. Geben wir mal einen Anwendungsfall. Warum kann ich das brauchen? Wenn wir eine Wissensabfrage zum Beispiel für ein Event haben und wir wollen jetzt nicht immer in Forms reingucken, sondern wir haben ein Excel-Dokument da liegen, wo unsere Teilnehmer stehen, was sie essen möchten, ob sie noch eine Begleitung mitbringen oder so. Und ich habe da vielleicht schon einen Power BI-Bericht drauf, um mir das zu visualisieren. Dann möchte ich ja nicht immer die gesamte Kette durchgehen. Forms, Export to Excel, Power BI aktualisieren. Sondern ich möchte das ja gegebenenfalls einfach, ich möchte mir nur meinen Bericht angucken. Fertig, genau diese Kette wird jetzt möglich sein. Forms aktualisiert automatisch das Excel. Mit Power BI richtig ein, dass es automatisch die neuen Excel-Daten einlesen soll. Voll Automatisierung. Stark, sehr, 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 sehr gut. Das klingt schon, man, jetzt kommt eine richtig schäbige Überleitung, Vorsicht. Das klingt ja fast schon wie künstliche Intelligenz. Das ist es nicht, wo künstliche Intelligenz drinsteckt. Vielleicht können wir hier so ein Badams irgendwo einbauen. Wo künstliche Intelligenz drinsteckt, ist der Microsoft Co-Pilot. Und auch da tut sich eine ganze Menge. Müssen wir allerdings Frage voranstellen, welchen Co-Pilot meinen wir denn jetzt hier gerade? Wir meinen den Co-Pilot für Microsoft 365, also nicht die Variante, die wir in Edge haben oder in den privaten Office-Produkten, also den Co-Pilot Pro. Sondern wir meinen den mit der vollen Integration in Microsoft 365, in unsere Dokumente, in unsere Daten, den wir dann auch in Teams oder in unserem Microsoft 365 Launchpatch, also Microsoft 365.com, dort zur Verfügung haben. Und der bekommt jetzt ein Feature. Ja, wir können Prompts terminieren. Wir können also sagen, führe zu einer bestimmten Zeit diese Abfrage aus. Als Beispiel, jeden Montagmorgen, was liegt diese Woche für mich an? Und dann bekommen wir quasi jeden Montagmorgen einen Bericht von Co-Pilot. Hey Benni, diese Woche sind das die Termine. Hierfür habe ich die Unterlagen gefunden, die dazugehören. Das kannst du zur Vorbereitung noch machen. Und dann habe ich quasi so ein bisschen was zu einer proaktiven Assistenz geschaffen. Das ist auch wieder Tipps für gestresste Managerinnen und Manager. Einfach Sonntagabend schon mal eben die Termine der Woche zusammenfassen lassen, was so ansteht. Dann kann man morgens zu montags direkt durchsteuern. Benni, wir haben nochmal Co-Pilot. Was hast du noch mitgebracht? Genau, Co-Pilot innerhalb von Teams bekommt eine kleine Erweiterung zu seinem Wissensschatz. Und zwar wird er jetzt nicht nur auf das Transkript von Meetings zugreifen können, um Meetings zusammenzufassen, sondern er bezieht dann jetzt demnächst auch den Chat mit ein. Das heißt, wir haben das Video, das Transkript und den Chat. Also alles, was um das Meeting herum tatsächlich passiert, die Daten ja sowieso schon. Das ist ja dann im Microsoft 365 Co-Pilot schon enthalten. Und so bekommen wir jetzt quasi über Meetings ein wirklich vollständiges Bild. Das ist natürlich wieder so ein bisschen, da muss man den Kolleginnen und Kollegen auch erzählen, dass das passiert. Dass man da dann halt nicht wieder die, es gibt ja so Unternehmen, in denen passieren im Chat die lustigsten Dinge neben einem Meeting. Das hat nur nichts mit dem Meeting zu tun. Deswegen wäre das dann vielleicht halt auch wichtig, dass man so ein bisschen Meeting-Hygiene irgendwo hält, oder? Definitiv. Das gehört ja sowieso immer mit dazu. Und die Frage, die ich mir noch stelle, ist, wird er mit GIFs umgehen können? Also was passiert mit GIFs oder Memes, die im Chat gepostet werden? Wird es das verstehen können? Kann es das in Kontext bringen? GPT kann sowas ja. Wie Microsoft das umgesetzt hat, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir dazu mehr erfahren. Ich würde sagen, wir sind wieder in unserer Zielzeit, Benjamin. Das war sehr, sehr gut von dir vorbereitet. Vielen, vielen Dank. Das hier war das Update aus KW30. Ja, wir danken dir sehr herzlich, dass du dir auch heute wieder Zeit genommen hast für so ein kurzes Update. Für mehr Informationen schau gerne auf digitalmindset.de vorbei oder vernetz dich am besten direkt mit Benni und mir auf LinkedIn. Macht's gut. Tschüss. Hi, ich bin's nochmal aus dem Off. Basti vergisst es irgendwie immer. Bewertet uns auch gerne auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo ihr uns findet. Würden wir uns tierisch drüber freuen. Ciao. Das war Folge 1. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein kleines Update heute genommen hast. Wenn du mehr über die Arbeit der Digital Mindset wissen möchtest, schau doch mal unter www.digitalmindset.de vorbei oder folg Benni und mir direkt bei LinkedIn. Wir freuen uns riesig über die Vernetzung. Macht's gut. Bis bald. Ciao.